Da ist Blizzeroid. Ah, er ist gewentet. Er ist gewentet. Er durfte dort nicht sein. Oh mein Gott. Oh, ich möchte sie. Nein, nein. Er ist gewentet. Ah, er verfolgt mich. Nein, 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 nein. Nein, nein. Ich höre dich als Geist, dass du gerade, dass du Blizzeroid entahnt hast, rennst dahin und ich sage, gut, dann nehmen wir erstmal schön den Rekord. Nein, nein. Ich wurde sabotiert. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu Among Us, BAT mit Voicemod. Hi zusammen. Hi. Among Us mit Voicemod bedeutet, wir können uns gegenseitig hören, aber auch nur, wenn wir in der Nähe von anderen Leuten sind. So, das wird das Spiel nochmal drastisch ändern. Wir werden ein paar Rundenspielen mal gucken, was passiert. Ladies and Gentlemen, auf geht's. Hi. 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 Ich, ich mach jetzt erst, ich muss jetzt erstmal Musik anmachen. So, jetzt erstmal ruhig sein. Let's go. Ihr seid, ne, man kann euch hören, Leute, ne? Also wirklich, das ist ein Geschnacke, sondern es gleich, ich werde jetzt erstmal hier nach oben gehen. Aber das Problem ist, wir können jetzt ja nicht sagen, wenn wir im Poster sind, so, hoha, ich kill jetzt gleich jemanden, hehehe, weil man uns hören kann. Wir wissen, dass das nur, wenn jemand in der Nähe ist. Jetzt gerade hört uns jemand, es sei denn, wir laufen jetzt irgendwo hin, wo eine Person ist, dann kann uns diese Person hören. Das ist ja der Gag an diesem ganzen Spielchen hier. Das ist ja wirklich schön. Also, wir können jetzt den Cruise oder mit den Cruise... Hallo, wer ist da? Wer ist da? Josef und... Hi. Hallo. Guten Tag, ich bin's. Ah, Fabi, was tust du? Nein! Es ist so strange in Voice-Mod zu spielen, Leute, ehrlich. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn. Okay, geschafft. Hui, hui. Oh, was? Entschuldigung. Hey, Josef. Ah, das ist ein Leiche. Toils. Oh. Hallo, Fabi. Das ist ein Leiche. Das war jetzt, das war jetzt aber Dings von uns hier. Also, ich glaub, der Killing-Reaktor war doch Tim. Also, Leute, genau, und Mods und so könnten mich bezeugen, es kann nur Tim gewesen sein. Nee. Okay. Aber nee, Kai. Ah, nee, also, Carlo, Carlo. Hä? Warum ich, ich war die ganze Zeit mit Fabi? Natro! Leute, oh Gott, ich bin so doof. Natro, Natro. Warum? Weil du mich voll töten wolltest. Das war so offensichtlich. Natro war vorhin so, Josef, komm mal mit, komm mal mit, Josef, komm mal mit. Ich bin mit Carl die ganze Zeit, ich bin mit Carl die ganze Zeit gelaufen. Ey, Samma, wer wurde denn hier mich? Okay, der zweite ist Josef, der zweite ist Josef, trust me. Versucht er hier in jemand zu reden? Carlo, 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 Carlo. Carlo? Ey, Carlo, lass gemeinsam gehen. Ich bin, äh, ich muss noch einen Matt-Baitings machen, aber bitte nicht töten, okay? Bam! Okay, ja, let's go. Also, lass mal zum Matt gehen, okay? Matt. Okay. Warum machst du die Türen zu, Carlo? Hä? Das finde ich nicht lustig. Ich schon. Ja. Guck, ich verdecke sogar deinen Hund. Dankeschön. Ja, ja, ich bin auf den Weg. Da ist Blizzor, da ist Blizzor. Beifuß. Ja, komm, Blizzor nehmen wir mit, als Geisel. Ey, Carlo, 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 Carlo. Ja. Ja, was denn? Ich gehe jetzt zu Matt-Bait rein. Was hast du gehoert? Hey, hey. Ich gehe jetzt zu Matt-Bait rein und wenn es Blizzor ist, wird er mich töten und dann guckst du, okay? Okay. Ich bleibe hier oben stehen sozusagen. Ja. Nee, geh mal in die Kaffee von dir und tu so, ob du mich nicht siehst. Okay. Er, er, wo bist du? Hallo? Hallo? Carlo? 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 Carlo, da. Josef? Wir müssen verdeckt ermitteln. Wir müssen verdeckt ermitteln. Komm. Da ist Blizzor. Ah, er ist gewendet. Er ist gewendet. Er durfte dort nicht sein. Oh mein Gott. Oh, ah, Emergency. Nein, nein. Er ist gewendet. Blizzor ist es. Es ist Blizzor. Was tun wir? Was tun wir? Was tun wir? Nein. Nein, 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 nein. Ja, du hast Reaktor machen, lass Reaktor machen. Ah, und dann komm. Komm, 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 emergency, emergency. Zack, 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 emergency. Ah, er verfolgt mich. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Blizzor, wir hatten dich. Wir hatten dich erwischt. Nein. Alter, das ist so geil, wenn man Geister ist, ey. Oh mein Gott, Blizzor. Ja, das ist auch lustig, ne? Wir hatten dich. Josef, das ist so geil. Hörst du mich überhaupt? Ja. Hallo, was ist mit der Wunder was hier? Ich höre dich als Geister. Ich hab keinen mehr gehört. Josef, ich höre dich als Geist, dass du mit dem Blizzard entahnt hast, rennst dahin und ich sag gut, dann nehmen wir erstmal schön den Rekord. Nein! Nein! Ich wurde sabotiert! Es gibt ja Labymod, da kannst du mit VoiceShut reden. Genau an das erinnert mich das. Was ist Labymod? Hä? Was für Tars hab ich jetzt? Ich glaub statistisch gesehen müsste es jetzt auch sein. Ja da kannst du im Minecraft mit VoiceShut reden, auch so wie mit Leuten... Ach das ist Labymod? Geil, ok verstehe. Mal gucken ob RGB von mir weg rennt. RGB ich töte dich, ich töte dich, ich töte dich! Geh weg! Siehste, er rennt nicht weg. Sass. Was? Krass, Alter. Aber wenn du mich umbringst, weiß jeder genau, dass du es bist. Dem nehm ich jetzt schon Sass auf dich, ich geh zur Navigation, tschüss. Ne. Nicht sein Scheiß Ernst. Ja, ist es halt wirklich? Ja, ist es halt wirklich? Der heutige? Der heutige? Ja, ist es wirklich? Okay. Entschärft, 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 entschärft. Oh, da mach ich gleich die Kreditkarte. Kreditkarte! Oh, Mist, jetzt hab ich den Kühlschrank gekauft. Blizzard! Hallo! In Cafeteria lag die Leiche. Also Blizzard kann es nicht sein. Das kann nicht sein. Ne, der war bei mir. Das ist eben das gute Mod, kann mich stecken. Ja, es hat auch nur ein Imposter gekickt bisher. Ich skipp jetzt trotzdem mal. Mhm. Ja, wir skippen, okay. Ich seh übrigens den Event. Ja, besser ist das. Let's go, tschüss. Hä? War das jetzt ein Scherz-Vote oder war das ein Real-Vote, Leute? Aber auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall. Hallo, hört ihr mich doch? Hallo? Nein, Josef. Nein, tschüss. Okay, doch. Ich hab richtig gevoten, weil... Also er taucht bei mir nicht in der Liste der sichtbaren Channel auf. Der redet hier. Warte, nicht töten, Tim, bitte nicht töten. Ich muss mal kurz was im Discord gucken. Ich bin nicht in der Wasser. Nicht töten, nicht töten. Ja, das sagt er alle jetzt. Jo. Nett. Trau dir nie wieder. Du... Du hast... Du hast dein Vertrauen erneut gebrochen. Es war urkomisch. Das war so schnell. Und warum zur Hölle wurde der? Also ich meine... Jo ist halt einfach immer am Poster. Warum wurdest du nicht... Ja, der hat den Kommando-Versögen gesteckt. Ja, der hat den Kommando-Versögen gesteckt. Also wenn wir Jo hätten... So ihr Lieben. Das war's. Among Us mit Voice-Mode. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr häufiger sowas haben wollt, schreibt's gerne mal in die Kommentare. Und an dieser Stelle, liebe Leute, macht's gut. Bis bald. Und... Ciao. 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 Ciao.